Hallo, grüß euch! Ich habe mir gedacht, jetzt zeige ich euch einmal, mit wem ich da eigentlich unterwegs bin und stelle euch ein bisschen den Ernie vor. Der Ernie ist nämlich mein über 40 Jahre altes Feuerwehrauto, das ich vor einem halben Jahr mal zugelegt habe. Und ja, der Ernie hat ja seine Eigenheiten, aber der Ernie ist eine ganz coole Haut. Ich zeige euch mal ein bisschen was. So, Ernies Innenleben, die Steuerzentrale. Hier haben wir das Herz vom Ernie, ein 2,6 Liter Benzinmotor. Ah, fast keine Elektronik, kann nicht viel kaputt werden, außer der ganze Motor. Und das Highlight vom Ernie, die Rolltore seitlich. Von hier aus hat man einen tollen Blick, wo auch immer man steht, ob aufs Meer, auf die Berge, wir sind ja hier gerade in den Bergen, egal. Drinnen ist ein bisschen noch etwas eingerichtet, wichtig. Reservekanister in Zeiten des Spritpreises momentan. 25 Liter, der ist richtig was wert, der Kollege. Ich habe auch ein kleines Waschbecken. Ja, das Arbeitsfläche und das war's. Ja, das ist der Ernie. Und da sind der Ernie und ich gerade. In Tirol. Okay, schauen wir mal. Die nächsten Tage werde ich wieder Ausfahrt mit Ernie machen. Ich halte euch dann am Laufenden. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, würde mich freuen. Schöne Grüße aus Tirol. Und dann, bis es euch gefallen hat. Vielen Dank.